hallo zusammen hier ist wieder mario für markt technik erfolgreich handel es ist montag der 28 september und in meinem heutigen video gehe ich wieder auf die großen us märkte den s&p 500 den nasdaq sowie den deutschen fdax und einigen einzel titel ein dieses video findet ihr wie viele weitere videos von mir auch immer als erstes auf meiner website www.lödemann-coaching.de unter videos des weiteren findet ihr meinen wochenausblick natürlich auch in meinen facebook gruppen sowie auf youtube kommen zu den wichtigsten terminen dieser woche damit zum einen morgen um 16 uhr das verbraucher vertrauen für die usa und am mittwochvormittag um 11 uhr dann den verbraucherpreis index abends um 21 uhr spricht dann noch die fed vorsitzende am donnerstag dann zweimal den einkaufsmanager index einmal morgens um 9 uhr 55 für deutschland sowie um 16 uhr dann für die usa am freitag dann noch ein wichtiger termin zum abschluss und zwar die arbeitslosenquote für die usa um 14 uhr 30 kommen wir noch zu zwei wichtigen terminen in eigener sache und zwar am 31 oktober und 1 november findet zum letzten mal in diesem jahr mein intensivworkshop markt technik erfolgreich handeln statt hier ist kurzfristig jetzt noch ein termin frei geworden also für alle die unter euch die hier gerne noch mit dabei sein möchten können mich einfach direkt über meine website über kontakt anschreiben oder kurz anrufen nähere informationen dazu auch auf meiner website und mein viertägiger theorie und praxisworkshop für den intraday handel findet statt eine woche später von samstag dem 7 november bis zum 10 november statt auch hier mehr infos auf meiner website www.löddemann-coaching.de starten wir nun mit dem s&p 500 index dieser war ja relativ lange in einer so genannten sideways range so ungefähr ab februar ich zeichne es hier auch noch mal kurz ein man konnte es hier wirklich sehr sehr gut sehen dass der markt hier wirklich nicht mehr geschafft hat hier nach oben auszubrechnet ja mehrere anläufe gemacht hier einmal kurz über zu spiken bei der 2110 nichts desto trotz der markt hat es hier nicht geschafft man konnte es auch sehr schön hier ablesen wieso der markt hier nicht weiter nach oben konnte und somit war es dann auch nicht verwunderlich dass der markt dann nach unten ging bin ja in den ganzen wochen während dieser phase immer wieder darauf eingegangen dass ich hier nicht mehr im s&p trade das ist nichts unerwartetes für mich dass der markt hier nach unten abgerutscht ist denn alles was nicht nach oben geht wird natürlich zwangsläufig nach unten gehen wichtig ist allerdings möglichst frühzeitig festzustellen dass man einen bestimmten markt nicht mehr handeln möchte und das habe ich hier zum beispiel schon seit mitte ende februar in meinen wochenausblicken immer wieder gesagt dass es hier sehr schwierig ist in diesem markt und spätestens seit wir hier gesehen haben dass es hier immer wieder zu fehlausbrüchen kam war es ganz klar dass man besser im nasdaq unterwegs sein sollte als im s&p so wie geht die sache jetzt weiter wie sehe ich die situation für mich jetzt nachdem wir hier ein ja mustergültigen ausbruch aus dieser seitwärtszone oder auch schiebezone genannt hatten ist der markt jedoch sehr stark unter druck gekommen ist hier zehn prozent in zwei handelstagen gefallen hat jetzt allerdings dann auch ein reversal gemacht bis an diese marke was auch etwas vollkommen normales ist und von hier aus dann wiederum seine schwäche periode fortgesetzt so wie es könnte jetzt in den nächsten tagen weiterlaufen im s&p also wichtig ist jetzt auf jeden fall erstmal für alle die sich auf long seite gedanken machen dass diese marke hier auf jeden fall hält und zwar bei 1890 punkte ich selber werde auf keinen fall hier die long seite ins auge fassen also im gegenteil ich werde eher wenn wir hier unter diese wichtige marke fallen eher hier die ein oder andere position im s&p im aktienbereich auf der short seite suchen kommen wir nun zum nasdaq index hier sieht das bild ähnlich aus auch hier haben wir einen sehr starken abverkauf gesehen auch hier ging es zehn prozent sehr stark bergab auch das ganze in zwei tagen kann man hier ganz gut sehen gestartet bei 4 370 im tief bis 3910 also hier weit über zehn prozent hier in zwei handelstagen das war schon ziemlich heftig gewesen aber auch hier ist der markt sehr sehr stark zurückgekommen hat hier auch die alte ausbruchs marke zurückerobert und das ist eigentlich jetzt hier die spannende phase denn der nestek sah hier wirklich wesentlich stärker aus als der s&p was auch nicht verwundert denn wir haben im gegensatz zum s&p ich zeichne das hier mal kurz ein hier keine seitwärtsphase oder schiebezone gehabt wie wir das im s&p hatten sondern der markt ist hier eigentlich immer hier sehr sehr sauber nach oben gelaufen nur als dann hier diese marke hier diese letzter p3 hier gebrochen wurde da ist der markt jedoch sehr stark abgestürzt aber wie gesagt der nestek hat hier sehr schnell zurückerobert was die chance geboten hat hier sich über den kleinen durchschnitten zu stabilisieren und dann nach oben zu laufen das ist allerdings nicht geschehen also der markt hat sich hier entschlossen doch eher dem s&p zu folgen und deswegen ist es auch hier jetzt ganz ganz wichtig dass hier unten das tief bei etwa 4100 auf schlusskursbasis hält weil sollte der markt hier runterfallen ich meine das sind ungefähr drei prozent dann wird es hier wahrscheinlich auch noch wieder mehr druck auf der unterseite geben zeichne das mal ein also wenn der markt hier tatsächlich sich entschließt hier nach unten weg zu bringen dann könnte ich mir vorstellen dass es hier auch noch mal sehr schnell eine etage tiefer gehen könnte und dass wir hier große chancen haben nochmal an die tiefs heranzulaufen auf der short seite selbst ist gibt es einen markt der sich hier geradezu anbietet auf der short seite zu handeln und zwar ist das der fdax beziehungsweise aktien aus dem dax in meinem workshop letzte woche sind wir sehr intensiv auf dieses thema eingehen das ist auch mal thema mit des workshops welche märkte sind denn jetzt eigentlich die die sich anbieten long oder short zu traden und da haben wir ganz klar festgestellt also wenn wir short traden wollen nicht jeder trader möchte das natürlich aber die unter euch die das gerne machen möchten sind natürlich im fdax hier bestens aufgehoben um diesen markt zu handeln warum ist das so ganz klar wir haben eine wahnsinnig gute rallye gesehen am anfang des jahres der markt ist hier schön 20 prozent nach oben gelaufen doch wenn wir uns das bild jetzt mal vergleichen mit dem nasdaq den wir gerade gesehen haben oder auf der anderen seite auch der s&p dann sehen wir hier doch ganz klar dass wir hier einen sehr sauberen abwärtstrend haben der hier auch schon wirklich seit april anhält dann haben wir hier richtig dynamik bekommen hier diese abwärtsbewegung von 11.700 bis 9.300 herunter das sind mehr als 20 prozent die wir hier in einer rutsche gemacht haben dann haben wir hier den rebound gehabt und wenn wir uns jetzt mal vergleichen mit dem s&p oder auch mit dem nasdaq da sehen wir dass wir hier an den letzten tiefpunkt gar nicht mal ganz herangekommen sind wenn wir jetzt vergleichen mit dem nasdaq der ist ja hier drüber gegangen und das ist hier im dax gar nicht zu sehen das heißt dieser markt ist wesentlich schwächer und deswegen würde ich hier auch auf jeden fall weitere positionen gerne auf der short seite aufbauen ich denke wir werden hier nochmal besonders viel druck bekommen wenn wir hier die 9.300 anlaufen wir sind ja auch hier relativ schnell von der 10.500 richtung 9.400 gelaufen also das sieht man schon da ist sehr viel dynamik ist natürlich auch nicht verwunderlich wir haben natürlich unsere eigenen probleme momentan mit den automobilkonzernen allen voran vw auf die wir auch letzte woche im workshop intensiv eingegangen sind weil es durfte eigentlich niemanden verwundern was da passiert ist es war wie gesagt auch thema in der letzten woche haben wir darüber gesprochen dass nachrichten natürlich märkte bewegen und wieso das so ist und wie man davon profitieren kann das möchte ich euch jetzt gerne zeigen wenn wir uns anschauen was letzte woche passiert ist wie gesagt wir haben im workshop da sehr intensiv darüber diskutiert man kann es hier ganz gut sehen also der dax selber hat hier jetzt ungefähr 3,3 prozent verloren sagen wir mal 4 prozent in der vergangenen woche und jetzt zeige ich euch was man mit gutem screening alles machen kann dieses screening habe nicht ich vollzogen sondern das haben wir nach dem workshop am letzten tag an dem sonntag dann gemeinsam gemacht jeder teilnehmer war mit dabei und hat hier die ein oder andere aktie ausgesucht und ich zeige euch jetzt mal die aktien die wir mit auf dem plan hatten da hat noch unter anderem eine bmw aktie nicht vergessen wir hatten im dax 4 prozent minus in der letzten woche und wenn wir uns das anschauen auf unserer watchlist am sonntag war schon eine bmw die 13 prozent in dieser woche verloren hat eine kommerzbank mit knapp 5 prozent eine konti aktie mit knapp 10 prozent eine daimler mit 10 prozent eon mit 6,5 prozent rwe hier mit 12 prozent minus eine thyssen mit knapp 10 prozent und eine vw mit 32 prozent also das zeigt hier doch ganz klar wie wichtig ein gutes screening ist also selbst die beiden schwächsten werte die wir jetzt hier raus gesucht hatten haben mindestens so viel verloren wie der dax andere werte haben mindestens das doppelte bis dreifache oder hier vw sogar das achtfache verloren und das zeigt einfach dass ihr mit dem training von aktien viel viel mehr geld gewinnen könnt mit einem guten screening system weil es ist natürlich ein unterschied ob ich jetzt 4 prozent rendite erwirtschaften oder mit einem wert oder so wie bei vw was wirklich vollkommen klar war was hier passiert ist ein teilnehmer hat sofort gesagt da gibt es negative nachrichten da müssen wir darauf achten und dann haben wir das auch besprochen wie man an die ganze sache rangeht und wenn man dann sieht statt 4 prozent 32 prozent das ist natürlich ein erheblicher unterschied und wenn ihr das woche für woche so durchzieht natürlich wird es nicht jede woche sein dass wir eine aktie finden die 30 prozent verliert nichtsdestotrotz wenn wir immer das doppelte dreifache an rendite rausholen können durch gutes screening zeigt es natürlich warum es so wichtig ist a zu screenen und dann das ganze entsprechend gut umzusetzen denn wir haben ja gesagt wenn wir ein konto haben egal ob ein großes oder ein kleines gerade bei kleinen kunden ist es natürlich besonders wichtig hier ein gutes screening an den tag zu legen denn wir wollen ja möglichst schnell das konto nach oben traden und dann ist es natürlich besonders wichtig solche werte zu identifizieren die hier besonders schwach im markt sind wer von euch also auch lernen möchte so zu screenen und immer die richtigen werte herauszufinden die wirklich sehr sehr stark oder besonders schwach im markt sind um diese zu handeln da bieten sich wie gesagt meine workshops oder coachings an einen freien platz wie gesagt gibt es noch für den letzten intensiv workshop in diesem jahr zwei tage am 31 10 und 1 november und auch mein viertägiger theorie und praxis workshop vor allen dingen für die trader aus dem intraday bereich alle die niedriger traden als stunde 10 minuten 5 minuten und auch bis zur minute herunter wie gesagt mehr infos dazu auf meiner website www.littemann-coaching.de das war es wieder von mir ich wünsche euch noch eine erfolgreiche börsenwoche macht's gut bis zum nächsten mal tschüss und dann bitte liebe ich die Bewege ne so in eine erfolgreiche börsenze ich bin ein bergerät